Wir haben in den letzten Jahren viel investiert für die Zukunft. Im Moment sieht es zwar etwas schwierig aus, aber wir denken, dass auch in die Zukunft die Landwirtschaft weitergehen wird. Das ist hier ein PR 3100, 50-Stanz-Karusell von De La Falk mit einem Zitzensprayroboter. Die Tiere sind sehr ruhig, weil wir selber ruhig sind im Stall. Wir weisen die Mitarbeiter auch darauf hin, dass sie immer ruhig, nicht schreien, nicht schnell laufen. Und dadurch kriegt man das auch von den Kühen so zurück. Dadurch fühlen sie sich wohl. Auch auf dem Karusell fühlen sie sich wohl. Die gehen da gerne rauf. Am Ende werden die behandelt mit einem Spritzensprayroboter. Und die Melkbecher werden automatisch gereinigt. Seitdem wir mit dem Karusell arbeiten, haben wir die Zellzahl von ungefähr 250.000 Zellen auf 100.000 bis 150.000 Zellen gesunken. CSR sucht jede Kuh, die sitzen, und sprüht die hundertprozentig ein. CSR arbeitet sehr genau. Der trifft 97 Prozent aller Kühe. Und wir sparen mit dem Roboter eine Arbeitskraft. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.